Willkommen bei den Screenshooters. Ich bin MW und ich möchte mit euch mal wieder ein Angespielt machen. Ausgesucht habe ich mir dazu Fight Angel in der Steam Edition. Also wie der Name schon verrät, man bekommt es bei Steam. Kostet derzeit 16,79€. Ist noch im Early Access, man sieht es unten V087, also noch nicht fertig. Es ist ein Spiel im Stil von Mortal Kombat. Nur, dass sich hier rein auf Weibliche Charaktere festgelegt wurde und man hier auch viel Wert auf die Animation gelegt wurde. Welche Animation, werdet ihr gleich noch sehen. Das Startmenü, man hat hier so einen kleinen Store, da kann man sich ein paar Sachen kaufen, also kann sich seinen eigenen Charakter herstellen. Hier kann man das Gesicht machen. Ich sehe gerade nicht, was sich verändert. Da die Augen und und und. Kann die Daumen ein bisschen drehen. Zack, zack. Von allen Seiten mehr Gutachten und sich halt so zurecht stylen, wie man es sich wünscht. Gewünscht. Verschiedene Haare, Augenbrauen und und. Man kann sich austoben. Hier ranzoomen. Verschiedene Lippen, Stiftfarben, Haare hatten wir schon. Ja, kann man sich austoben. Kleidung, da gibt es auch ein paar Sachen. Also, wer möchte, bauen sich hier seine Kämpferin ganz nach den eigenen Ansprüchen zurecht. Wir haben ein Story Mode, ein Arcade Mode, ein Versus Mode und ein Training Mode. Gut. Was hier dahinter versteckt ist, denke ich mal, allen klar. Ähm, leider. Hier kann man sich die Tassaturbelegung anschauen. Leider ist das die höchste Auflösung. Gut. Muss man jetzt mit leben. Ist noch im Early Access. Wer weiß, vielleicht kommt es noch dazu. Ja, wir gucken jetzt mal im Story Mode rein. Beginner. Ich möchte jetzt hier nicht so den Mörderkampf euch hinlegen. Es ist nur, dass er mal einen kurzen Eindruck bekommt. Es ist, ja, Story, ähm, ne. Ist halt was drumherum konstruiert. Sie möchte kämpfen, bekommt eine Einladung, bla bla bla. Beziehungsweise kann eine Einladung bekommen. Und, ja. Muss natürlich erstmal mit ihrem Schwester reden, ihre Mitteil, äh, Entscheidungen mitteilen. Die Schwester denkt sich, ne, erstmal musst du hier, ne, mir zeigen, was du kannst, ob du erwachsen genug bist. Und, ja. In dem Sinne dürfen wir erstmal gegen die Sister kämpfen. Das sind wir. Das ist Schwesterchen. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wo die Animationen besonders gut gelungen sind. Und, ja. Da wird auch ein Steam Store mit geworben. Auch, dass die Kleidung, ähm, ja. Perfekt sitzt und perfekt klingt. Äh, ich spiele jetzt hier gerade mit dem Xbox Controller. Man kann es auch mit Tastatur und Maus spielen. Angeblich, äh, ist das mit Tastatur und Maus... Scheiße. Ich sollte mal ein bisschen mehr aufs Kämpfen konzentrieren, als aufs Arbeiten. Ist Tastatur und Maus angeblich besser? Oh, ich ziehe jetzt gerade hier mit der Zuckung. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Du fährst uns doch jetzt hier nicht. Ähm, das wäre jetzt sehr peinlich, im Beginner-Modus hier direkt zu verlieren. So, nicht. Komm her. Hallo, hallo, hallo. Ne, kurz vor knapp hat es doch noch geklappt. Und auch vor knapp. Jo, ihr habt es ja gesehen, die Animationen sind sehr streng fokussiert auf bestimmte Regionen. Oh. 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 Also bitte. Macht sie denn da? Oh. Jetzt gibt es erstmal zurück auf die Mütze hier. Ansonsten die Musik. Naja. Oh, da ist die Kerle weggeflogen. Das ist ein Ding. Das hatte ich bei meinen ersten Kämpfen noch nicht. Ähm, ja. Gut. Also noch so ein Feature hier, das die Geleidung, ähm, auflöst. Ja. Kann motivieren, ne? Ähm, nein. Ja, Kampfsystem ist jetzt nicht so hochregend, ne? Aber, ja, gut. Man kann ein bisschen drauf reinzimmern. Ja. Nein, nein. Mortal Kombat kommt jetzt nicht ran. Orientiert sich immer mehr so an die klassischen Spiele. Die ersten, die mal so rausgekommen sind. Ja. Ja. So. Wir haben uns, was erwachsen genug erwiesen. Wir nehmen jetzt direkt den zweiten Kampf noch mit, damit er einen anderen Gegner hier noch sieht. Ja. Ich hätte, glaube ich, die Auflösung noch ein bisschen höher wählen können, weil das Ganze ein bisschen grob ist. Auf jeden Fall unterstützt es nicht ultra-wide Displays. in dem ich hier gerade sitze. Ich hätte dafür einen anderen Monitor nehmen müssen, deswegen sind links und rechts die Balken. Wahrscheinlich wird es doch noch besser aussehen, weil es sich ja nicht so skaniert. Egal. Genau. Das ist ja auch noch angespielt. Und. 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 Das ist nachher. Für YouTube aufbereite. Video auflösung. Hier nochmal angepasst. Dann. Dürfte es gar nicht nur ganz so extrem einfach, dass es in den geringeren gespielt wird. Oh Mann ey. Das geht. Mach die mich jetzt hier noch platt, das kann nicht sein. Wir labern. Wir kämpfen. Die liegt doch eh am Boden. Da kannst du nichts machen. Komm her. Lass mich greifen. Lass mich greifen. Jetzt bist du fällig. Da helfen dir deine schönen, ne. Meins hier auch nicht. Oh. Oh, oh, oh. Bitte Vorsicht. Nee, 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 nee. Ah, nein. Oh, oh, oh. Ja, gewonnen. Immer zwei bis drei Kämpfe. Hier, dem ist ein klarer Sieg. Um seine zwei Gewinner. Was macht die denn da? Himmel. So nicht. Jetzt sind wir erstmal hier dran. Oh, scheiße. Da fliegt der zurück hier weg. Komm her. Ah, macht es nicht so spannend. Den Kampf gewinnen wir jetzt hier auch noch. Hopp. So. So geht es ja jetzt hier weiter. Da kämpft man sich durch die Story. Mehr oder weniger gut. Aber da wird ja auch nicht so der Schwerpunkt drauf gelegt. Da die nächste Gegnerin. Ich gehe mal zurück in das Hauptmenü. Ja, Arcade-Mode. Da kann man sich dann die Charakter auswählen. Mit welchen man selber kämpfen will. Hier, die ganzen, die hier zur Verfügung stehen. Machen wir so ein paar. Und wenn man möchte. So, wir wählen mal ein paar aus. Freya. Da kann man auch zwischen den verschiedenen Klamotten wählen. Manchmal springst du auch zurück auf Studio 1. Hier haben wir 1. 2. Auch in anderen. Komm hier nochmal rein. Ja. Also, da kann man sich auch direkt an meinen Kämpferin präsent aussuchen. Versus-Mode ist klar. Da kann man sich aussuchen. Lokal. Netzwerk. Oder halt Clubmatch. Trink-Modus ist, denke ich, ist klar. Mit Tutorial. Oder einfach freies Training. Ganz wie man möchte. Ja, ich denke vielmehr muss ich jetzt hier auch nicht so zeigen. Der Grundeindruck sollte da sein. Es gibt ein Spiel, was man nicht kaufen muss. Ich weiß es nicht. Jetzt springt für 16 Euro. Knapp 17 Euro. Ja, gut. Wenn man ein Female Fighting Game sucht, dann vielleicht. Ansonsten gibt es das vielleicht auch mal irgendwann noch günstiger. Ist ganz nett. Für zwischendurch. Schlecht ist es nicht. Macht Spaß. Die Übersage dabei gelassen ist es auch. Wir sehen uns nachher in unseren nächsten Videos. Ich habe jetzt hier noch so zwei oder drei andere Spiele, wo ich mir angespielt von machen möchte. Wir werden ja jetzt auch dann die Tage rauskommen. Vielleicht schaut doch mal rein. In diesem Sinne. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Tschüss. Vielen Dank.